So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Frauenprobleme Teil 2. Ach, holen wir die auch noch rein. Je mehr, desto besser. Moment, das hört sich jetzt irgendwie falsch an. Zurück nach Hause plaudern, aber da kann ich uns die auch noch ein bisschen einbeziehen. Nur Gummispeisen reden. Wir ziehen sie mit ein. Ne, sie geht jetzt an... Sie geht an den PC. Okay, dann... Jetzt kommt sie wieder zurück. Okay. Habe ich jetzt ein Gruppengespräch? Ja, gut. Es ist okay, ich muss bis auf, dass ich noch dann zur Arbeit gehe, weil ich sollte, glaube ich, noch was essen. Warte mal, Mädels. Ihr könnt euch... Jetzt haltet euch mal, ich muss mal kurz weg. Nein, ich bin wieder traurig. So, wie war das? Ach, die E ist eine Gefangenschaft. Was? So, jetzt geh du mal aufs Klo. Ich weiß, du musst noch nicht dringend, aber das wird bald so sein. Mal schauen, was die beiden dann machen. Die eine geht wieder. Die eine geht wirklich. Okay. Oh nein, irgendwas ist hier verdorben. Verdorbenes Essen aussortieren. Shit. Ich muss dir was zu derben lassen. Du kannst dich auch setzen. Du musst hier nicht stehen. Oh nein, irgendwas ist schon wieder kaputt. Ach, diese Toilette. Es reicht's mir. So, ich kaufe jetzt eine neue. Ich weiß nicht mehr, welche ich hatte. Aber wahrscheinlich so ein billig Ding. Landhaus-Solette süße Flucht. Unkaputschbar. Das wäre es natürlich. Das ist eine Tierfall der Atlantis. Was hatte ich denn? Ich glaube, ich hatte einfach den Botschafter. Zur Verlässigkeit 3. Komm, nehmen wir mal den lieben John. Halt, ich will. Das ist euch gerade egal. Dann haben wir halt. Machen wir das so. Was macht sie jetzt? Was machst du jetzt? Sie chattet jetzt, glaube ich. Nee, sie sucht was auf Sympedia. Vermutlich mal stark. Ja, schaut so aus. Ah, der ist immer noch traurig. Was soll ich traurig? Nicht schnippeln. Wohl. Äh, ach so. Er schmeißt du, bist du erst mal Sachen weg. Okay. Ist sie jetzt kaputt gegangen? Achso, ich dachte gerade, sie sind was kaputt gegangen. So, eigentlich was für den... Nein. Ähm... Zu... Mit... Zumittag... Oh nein. Eigentlich kann ich zum Mittagessen servieren machen. Wär es mit... Ein Sandwich. Hm, hört sich ganz gut an. So, als wäre ich wenigstens glücklich. Schon mal etwas. Party. Karten müssen sogar eine Stunde zur Arbe... Was? Ist schon zu weit. Ach du Scheiße, stimmt. Ach du Schande. So, sie hat jetzt aufgehört. Man hört es schon. Schön am lauten Rechner. Juuu. Was macht sie? Sie bringt den Müll jetzt raus. Nicht, dass es wieder wie letztes Mal läuft. Ach nee, das war die andere. Die wollte den Müll rausbringen und ist dann abgehauen. Kurzes, was sie fertig war. Okay, sie macht es richtig. Und sie kommt auch wieder rein. Das ist ja unglaublich. Ich stelle immer noch, dass sie im Abend klettert ist. Was macht sie denn jetzt? Sie hockt sich wieder am PC. Ach, deswegen ist unsere Stromrichtung immer so hoch. Ich lasse immer die fremden Frauen hier ständig am PC hocken. Hm. Sollte was dagegen tun. Aber erstmal was essen. Und es hört sich wieder auf. Das macht sie jetzt. Sie integriert ihr aber nicht mit mir. Sie hat eine Blume im Mund. Okay. Was kommt jetzt? Hä? Äh. Weit mal. Die Interaktion statt hier gar nicht dran. Was zur... Ach so, ich muss zur Arbeit gehen. Total verwirrend gerade alles. Okay, da kommt es einfach her und küsst mich. Ich hatte ja nicht die Interaktion, die ich hier abbrechen konnte. Okay. Und sie bleibt einfach bei mir im Haus. Okay. Okay. Leicht creepy, macht die... Ich muss los. Ach, das fällt ja immer früh auf, dass du los musst. Sollte ich gerade schon fragen, ob ihr das auch so macht. Aber so viele Frauen sind ja jetzt hier nicht bei mir im LP. Äh, ob ihr bei den Männern auch einfach mal noch so zwei, drei Stunden bleibt. Ne, 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 eine Halb sind es gewesen. Okay. 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 Rasten aus. Und dann rasten wir mal rasten aus. Leitens Verbesserung klein. Cool. Ah, konzentriert. Wegen Arbeitseignis. War die richtige Entscheidung. Ich bin nicht da. Ach so, vielleicht soll ich auch schneller machen. Ich komme jetzt um 23 Uhr wieder. Verdammt, jetzt habe ich das natürlich nicht weggestellt. Na toll, bis ich wieder da bin, das ist verdorben. Scheiße, ich wollte es eigentlich noch in den Kühlschrank stellen. Shit. Kann das sein, dass das Einzelbenügel gerade länger hält, als das der Tatsache? Hä? Wie kann das sein? Es wurde gleichzeitig hergestellt. Fucking Logik. Wahrscheinlich in dem Moment, als ich es weggenommen habe, hat es sich sozusagen zurückgesetzt. Ich bin nicht da. Wie oft er noch? Ich bin nicht hier. Mädel. Da rennt sie wieder. Oh, unwohl. Oh, echt? Es gibt so viel Energie? Das Livestream. Ich dachte schon, da kommt die nächste. Dann getrabt. Nu. Nach zwei Stunden Arbeit. wobei das schon nicht so gut was interessant vorher als ich gewartet habe also ich hatte ja bei von der arbeit also moment mal das weißt du schon wieder die folge hier wollte ich ja die arbeit zusammen überspringen und dann direkt wieder mit dem aufnahme einsteigen warte 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 kann ich noch es ist schon verdorben noch nicht schnell weg legen schaffe ich das noch schaffe ich das noch schaffe ich das noch komm 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 ja 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 ich schaff's noch ich schaff's noch so jetzt gehen wir aber direkt schlafen was ist jetzt auch nein dass sie jetzt dreckig hat sie das jetzt noch dreckig gemacht die die damen blau weiß nicht habe ich nicht genau aufgepasst jetzt funktioniert hier im schlaf geht funktioniert dieses schnelle durchrattern aber nie während ich oha blase ach du scheiße da hat er möchte sogar nicht schlaf auch wenn du gleich auf aufgewacht bis ganz ist dann auch gleich noch aufräumen ja 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 auch diese melodien von wir sind bei sowas wie hand ein bisschen unnötig weil es wird mehr sowieso er bringt auch noch hier alles das hier oder ist die euro das alles oder die bildschirm rot naja bildschirm ist nicht rot aber ihr wisst schon ganz kurz hygiene hoch es ist doch verdorben steht dabei sind so und so ja müll wurde ja netterweise herausgebracht ach das ist ja auch noch dreckig shit dann sollte ich das vielleicht vorher säubern und dann erst duschen gehen gut dann repare ich das halt auch noch ach scheiß drauf jetzt neues waschbecken es reicht mir langsam wie alles kaputt waschbecken letzter versuch das hört sich eigentlich sehr passend an wo ich das industrielle in das industrielle was macht dann jetzt ach jetzt wichtig hier ab weil das andere kaputt ist okay so jetzt kannst du hier duschen gehen ganz kurz dann frühstücken nehmen kann ich mag ja ich weiß dass es sehr unwohl geht da ich sag doch hier so rot da so gut da ist okay orange so müssen wir fast noch mal ein turnier probieren aber das wird traurig wenn er nicht gewinnt erst mal was essen danach können wir noch entscheiden und schauen was machen wir gerade noch mal pfankow ach so ich dachte jetzt kommt die stinger vorbei sera ich habe nur dieses blaue kleid gesehen auch wenn es nicht das gleiche ist aber es war blau wie das klasse geburt das bett kann gar nicht unbequem sein höchstens stuhl er will gemüse essen nein riffsbrust fleisch was zuhörig machst du gott weil es sich unwohl fühlt wahrscheinlich okay deswegen ist er nicht so gut drauf und macht auch seine lustigen tricks nicht vielleicht liegt es daran das aber auch sehr interessant dass es echt stimmungsabhängig ist und dann auch die leistung beim kochen zum beispiel beeinträchtigt dann wäre es vielleicht nicht schlecht wenn ich was denn was das der web recherchieren das spielstrategien recherchieren dann ist es doch konzentriert mich dann konzentrierten das müsste doch dann besser funktionieren ja dann ist auch mal auf das ist normal das war ich so ewig braucht beim essen ist das so dreckig ach nee das sind schatten so da lässt man wieder sein teller stehen egal kommen recherchieren mal kurz spielstrategien und dann geht's hoffentlich ab ich glaube nicht oder sind so ziemlich ähnliche seiten zugel oder so okay es schaut sehr das sind spielstrategien naja für welche spiel denn bitte ok wenn gleich durch kommen es noch konzentriert hallo bist durch ok probieren es ist noch mal spiele spielen anfängerturnier nehmen wir vielleicht vielleicht wenn es billiger ist noch mal das big block turnier vielleicht wenn das einstiegs geld weniger ist das vielleicht das zu mir an sich einfacher ist ich hoffe das dann was willst du weil jemand weil jemand glücklich ist anrufen ich habe halt anrufen weil glücklich ist aber ich bin noch nicht ganz wach war ja ich kann es ja kurz spoilern war ja gestern beziehungsweise schon fast heute ähm ultra hardcore challenge minecraft mit der größeren gruppe und das waren ja doch prinzip zwei zweieinhalb stunden auf der wohl doch fast zweieinhalb stunden aufnahme durchgehen das halt nacht hinweg und dann war ich noch ewig mit frame ts und bin erst glaube ich um vier ins bett oder so büchel rohn da läuft wieder so eine krampierung die eva peters und ich glaube das schlägt sich jetzt auch ein bisschen auf mein gebüter aus das hört sich doch so an tschuldigung big block turnieren wer schafft am wer schafft mehr lines oder wie in einem durchzug ich frage mich ja gibt es hier eigentlich wieder aliens weil einen anderen teil kann es ja passieren also ich weiß ob es zwei was so ein teleskop gab es eine gewisse chancen wenn man welters weltraum geschaut hat dass man auf euren sind führt wird gibt es das ja auch noch weiß dass gerade jemand weil man kann sich ja auch so lustige menschen zusammenstellen mit grüner farbe blauer fahren sein müsste man sich auch mal machen fällt mir ein ich wollte ja noch ein paar leute hier mit rein erstellen frame wollte ich ja noch machen ihr wollt mich auch noch ein bild von sich schicken dann wenn ich den hier mal rein stellen nachbarschaft bevölkern sowas bin ich gespannt ist nämlich gleich zu mir vorbei na 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 ich bin mich gespannt biddesignit traurig bitte sehr traurig bittir so erstmal lesen das hat sich herausgestellt dass die andere teilnehmer dass es besser waren als karten diesmal gibt es keinen preis aber er ist nicht traurig das ist schon mal ein anfang ist immer noch keine platzierung bekommen doch er ist traurig weil verloren hat aber ist doch glücklich weil hochgefühl hat von allem sportspaß spielen ne wie wäre es eigentlich wenn du noch mal kurzen nickerchen machst vor der arbeit das ist nämlich nicht mehr so k.o. jetzt ist auch wieder dreifach getränkohlen jetzt nicht ich kann es eigentlich dass wir dann aufräumen ja traurig zur arbeit gehen ist auch irgendwie scheiße wenn ich ehrlich bin es ist echt so schwer da turnier zu gewinnen über gefühle bloggen wegen traurigkeit ja okay das können wir machen schreiben konnten das sein klicke auf den computer wähle über gefühle bloggen gefühle bloggen stellen programmieren online kommen die schreiben haushalt karriere spielen über gefühle bloggen kurz dann mal das wo war denn das eigentlich man hat doch am anfang das war nicht das inventar das was auch nicht warten das jetzt noch mal das hier der belohnung store glückstrang trinke das und zeitwürdig glücklich zu machen schlafwassersatz blitzpulver sportskanone da kann man ja stück da kann man noch mal alles komplett neu machen profi faulenzer also nicht alles gibt jetzt haben zehn stunden programmieren üben so als hat er das gemacht jetzt geht es ihm besser und jetzt nicht trinken warte mal wann müssen wir zur arbeit gleich warte mal was haben wir hier noch mit zu zählen weil glücklich ist ich könnte ja eigentlich ach komm die zuflucht spielen was soll ist die zuflucht das will ich jetzt noch ganz kurz sehen bevor wir zur arbeit müssen schaut doch ein rpg aus zumindest war da gerade etwas mit level gestanden links character okay ach das ist sehr cool das ist lustig und das ist die zuflucht oh ja es ist jetzt die arbeit du musst aufhören die zuflucht zu spielen und zur arbeit gehen und ich würde sagen wir stehen jetzt zur arbeit und wir sehen uns dann das nächste mal wieder bis wohl warte wir warten gleich noch ganz kurz obwohl das kann ja irgendwann kommen egal bis zum nächsten mal tschau